Sina aus Kiel hat uns geschrieben. Meine Schwester hat gerade ihr Lehramtsstudium begonnen, unter anderem wird sie später Kunst unterrichten. Welches Buch könnte ich ihr zu Weihnachten schenken, das ihr sowohl in der Freizeit Spaß macht, aber vielleicht auch Anregungen für ihren Unterricht geben kann? Liebe Sina, als Geschenk für deine Schwester empfehlen wir definitiv eins der gerade so angesagten Kritzelbücher. Wie wäre es zum Beispiel mit dem neu erschienen Kritzeln, Zeichnen, Kunst entdecken von Marion Duchar. Hier drin können sich Kreative und die, die es mal wieder sein wollen, so richtig austoben. Zum Einstieg kann man sich gleich mal an Mona Lisas Lächeln versuchen, Van Goghs Sonnenblumen ausmalen oder eine von Matisse inspirierte Collage anfertigen. Aber auch ohne auf die ganz Großen zu schielen, können mithilfe dieses Buches wunderbare Kunstwerke entstehen. Die grundsätzlichen Dinge hat die Autorin natürlich auch nicht vergessen. Es geht um Perspektive, Schatten, das Zeichnen von Gesichtern und auch die verschiedensten Techniken, mit denen sich Kunst erschaffen lässt, finden sich in diesem Buch. Es wird zum Beispiel mit Stempeln, Radierern und Fingerabdrücken experimentiert und immer wieder an die Fantasie appelliert. Damit ihre Schwester sich mit diesem Buch schon gleich an den Weihnachtsfeiertagen austoben kann, empfiehlt es sich, ihr auch noch einige der anfangs genannten Materialien dazu zu schenken. Vorausgesetzt, diese Dinge besitzt sie nicht eh alle schon. Ein herrliches Buch für kreative Kritzel- und Zeichenfreunde aller Altersklassen. In diesem Sinne – viel Freude beim Verschenken! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017